Der Gilt, der noch fällt ... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Crisis Core. Naja, so, dann werden wir mal weiterspielen. Ja, dann mach das mal. heute an der konsole unser manu final fantasy 16 ja ich hab das spiel schon lange nicht mehr gespielt jetzt bin ich mal an der reihe zu spielen und macht mal gleich ein speichern muss ins hauptmenü muss deine mission machen und sonst bist du am Arsch er stimmt ja ja heute mal das wird jetzt checken aber man hat ja wirklich einfach kaum noch wirklich was okay Missionen die sollte man immer schön machen zum Beispiel zum Leveln und allgemein um äh später starke Bestien in Klammern es war zu erhalten da Schöner Energiekonzern Trainingsmissionen oder die letzte Endgegnerin wenn man auf schwer spielt ist zum Beispiel sehr schwer so jetzt holen wir erstmal unseren Ton wieder zurück ja ok so ja wir haben jetzt einige technische Probleme und meine Kekse sind umgefallen ich liebe Kekse es kann losgehen geile Kampfmucke ähm ja glaubwürdige Animation ohne Blut ja unser Sek kann Seelen schneiden ein Gorilla zwei Gorilla ein Elixier die sind sehr gut zuerst bestandene Mission aber glaubt mir es wird immer schwieriger aber da wir hier auf normal spielen wird es nicht so schwer ah da kommt ja wieder unsere Freund hey Glückwunsch zur ersten erfüllten Mission danke schön ach viel zu einfach hab mich total gelangweilt ja unser Sek ist manchmal etwas arrogant aber trotzdem ein sehr sympathischer Typ ha 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 hätte ich mir ja denken können Sek bin mir sicher dass du den Wurteiner ordentlich aufmischen wirst man ja man ja man ok warst du dich was vergessen oh god Kurzzeitgedächtnis oh ne stimmt die Versorgungskapsel stimmt ja hat der reingekackt keine Ahnung da befindet sich mal was schönes drin mhm Kunzelkacke so achso Schindra macht die achso dann ist es Schindra kacke ich bin auch gespannt was heute drin steckt hoffentlich was süßes nie war es mal etwas Schokolade etwas zum spiel ich habe einen Trick irgendwo gelesen dass wenn man es 20 mal beim ersten mal ausprobiert dass man einen verfluchten Regen bekommt wollen wir es mal ausprobieren ja man dann können wir gleich mal das Gerücht auf den Kopf schreien ok ich denke so langsam bist du zum Aufbruch bereit halt die Fresse wir wollen noch ein bisschen schnorren oh ne schon wieder eine E-Mail Kunzelk ja ich hab's gehört das ist mir egal ja ok ok a la tat die schwule Sau ja so schwule ok wollen wir nicht übertreiben ja stimmt er ist nett ja er ist sehr nett mhm weil er uns an die Wäsche gehen möchte hihihihi ja was soll ich denn das ist doch die Wahrheit la saad die versaute Sau egal es geht bald endlich los jaaa was das denkt der Typ von uns dass wir hier so ne aller hier Möchtegermaschus sind ne auf keinen Fall stimmt ja wir machen nur noch Pornos jaaa ok ne dann versuch mal jetzt aus mit diesem verfluchten Regen aber ich glaube das wird mit unserer Zeit nicht reichen oder? ich glaube das werden wir mal ein anderes Mal machen oder? ja das werden wir verschieben ja werden wir euch informieren ob es funktioniert weil müsst ihr halt nochmal neu anfangen ja das klingt natürlich sehr viel versprechend nicht wahr? na gut dann spechern wir mal ab endlich die erste richtige Mission machen wir müssen bald nach Wutai aufbrechen wir müssen bald nach Wutai bist du bereit? hmmm hmmm alles fertig ok hm 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 los könnte sagen jetzt geht das spiel mal erst mal so in die kleine richtige reife nein die terminfestung liegt direkt vor uns weiß das weiß ich auch beinahe ist schon bereitschaft hey da wer seid ihr die wollen sich mit uns anlegen das sind ein paar mutter gefreiten die werden euch sehr oft begegnen aber die sind nicht sehr stark aber man sollte trotzdem aufpassen eine gescheite rolle von meinem partner gerade man tut was man nicht kann egal du tust also immer was du nicht kannst das jetzt falsch verstanden das sollte ein witz werden ja genau oh wieder weise worte von zack sie seine fremdsprache französisch es ist echt eben bonjour mon ami ich denke an unsere lehrerin jaja mehr brauchst du jetzt auch nicht sagen ja vielleicht sieht sie das ja ich will jetzt mal nix sagen ja 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 das reicht schon guck mal unser angie redet über dumm empfehlen weißt du was es ist achso du äh keine ahnung vielleicht erklärt er uns das ja jetzt ah seck hat auch keine ahnung wir können nicht dafür dass wir dumm sind boah ganz schon realistisch ja dann werden wir ein dritter drei ist besser als eins zum beispiel im kartenspielen gucke ich habe drei punkte und du nur ein ich gewinne um zwei aber beim fußball ich habe zwei punkte mehr als du also eher gesagt tor ja und er läuft auf steine ja endlich oh kritisch boah boah diese penne boah ja jetzt nicht aufregen boah ich bin so richtig oh und wir haben eine mail bekommen boah ja hm mal sehen was die themil so sagt kunsel schon wieder oh ne ah nein na 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 du liest gar nicht oder nö aber die anderen vielleicht über das hier fahrstuhlmusik was fahrstuhlmusik eigentlich nicht okay das war's ja konzer ignorieren wir mal ja okay irgendwie fangen die an dumm zu sein ein obergefreiter die sind gelb wahrscheinlich haben sie wieder gegen den wind gepisst was besonderes ja ja er kann feuer aus der hand schießen oh mein gott ein monster ja das würde ich auch gerne mal wissen ja okay für meinen verstand immer noch nicht naja bäume die musik ist schön im hintergrund ja okay porno sind besser das ist schön ja nur es ist mir egal nö mich interessiert es aber da frage ich mal lieber meinen übersetzer weil das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden okay irgendwie fühl ich mich jetzt irgendwie verarscht ich auch ich spiel mal den übersetzer für dich angiel hat gesagt wenn er nach äpfeln gefragt hätte hätte sein freund ihn zu Tode gedisst weil er und anji wäre so peinlich gewesen dass er von der klippe gesprungen wäre die ganzen die einen ganzen zentimeter tief war die mag ich immer am liebsten b-unit will set off an explosion that's our cue the diversion will allow us to infiltrate the Ich setze die Bombe in den Fortressen. Du scharzt die Frontgabe und... ... und... 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 ... und... und... Du hast es. Das ist was ich bestes mache. Was soll er runterhauen? Komm schon, B-Unit! Okay, er verhaut sich gerade mit dem Schwert. Okay, das hat er... Du weißt, ich habe nie wirklich gesehen, dass du das benutzt hast. Oh man, er spricht wirklich in Rätseln. Ja, ich kann... ... ziemlich günstig sein. Ja, keine Kugel. Jetzt geht die Action los. Ich bekomme eine Mission. Hm. 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 Jetzt geht die Action los. Ja, endlich! Ja, endlich! Das ist ja... Ja, Mann, das hat... Langsam kocht mich die Musik an. Immer wieder diese ätzenden, ähm, Wurteiltypen. Ja, beeindruckend! Immer so nebenbei. Wir müssen... Ja, ja. Habe ich mir gedacht. Angie ruft uns jetzt an. Ja. Oh, ein riesiges Monster. Aha, Amor. Das mache ich am liebsten. Ja, wir sind die geborenen Amor-Läufer. Langsam stresst mich die Musik her. Oh, nein. Diese Aufgabe hasse ich. Jetzt müssen wir so viele, ähm, Wurteiltypen erledigen, bis die Sterne voll sind. Wir bekommen jetzt sozusagen sowas wie ein Exa-Bonbon. Wir könnten theoretisch jetzt auch schon, ähm, weitergehen, aber ich weiß nicht. Wir wollen jetzt schließlich ein Held... äh, ja, ein Held werden. Das ist Roma. Ah. Ähm, Idiot. Ähm, okay. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Ja, die Held ist in der Presse.